Willkommen zurück zu Lostsphere. Beim letzten Mal haben wir ja versucht gegen Chrome irgendwie anzukommen. Hat natürlich nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Der war etwas zu stark, aber es war machbar gewesen. Wenn ich vielleicht noch ein bisschen auf Mi8 gegeben hätte. Hm. Schwierig. Gut. Dadurch, dass er sich ja da nochmal hochgehält hat, um die volle Punktzahl, war das natürlich schwierig. Sehr schwierig. Und so wie ich es beim letzten Mal angekündigt hatte, hatte ich mir ein bisschen Geld besorgt, habe meine Waffen aufgewertet. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Gegenstände natürlich nicht. Ausrüstung. Hier sieht man natürlich sehr schön aufgewertet auf plus sieben von zumindest den Hauptcharakteren. Bei denen war es mir jetzt noch nicht ganz so wichtig, dass ich mit denen da das irgendwie hinbekomme. Aber hier, ja, sieht man sehr schön Stufe 7 Plus für die Rüstung und die Waffen. Ansonsten ziemlich schwierig. Also ich habe gedacht, das geht schneller. Ich habe hier doch ein paar Stunden investiert, muss ich sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Aber na gut. Dann probieren wir es nochmal. unseren nächsten Versuch bei Chrome. Und man weiß nicht, vielleicht auch sogar jetzt schon den... Kurz was trinken. Vielleicht sogar die letzte Folge, die es hier mit IMZ-Zone jetzt geben wird. Gut. Ähm... Ja, ich würde sagen, dann starten wir doch gleich mal. Dieser Hintergrund. Ey, ich weiß nicht, ob die zu viel gesoffen haben in den Tokio Games Studios, wo die das entwickelt haben oder so. Ich weiß es nicht. Dieser Hintergrund. Alter! Kann natürlich jetzt passieren, dass das eine recht schnelle Feuer wird. Äh... Muss man schauen. So, wir brauchen das eigentlich hier uns nicht noch mal durchzulesen. Ist im Prinzip eigentlich mehr... Äh... Nur das, was wir halt beim letzten Mal schon hatten. Und... Deswegen tun wir jetzt hier einfach mal schnell durchspulen. Und werden versuchen, Chrom jetzt irgendwie zu besiegen. So. Äh... Da ich noch ein bisschen Gold habe, ich würde gerne mit Fieberrolle anfangen. Nur das Problem ist... mir fällt gerade was ein. Ich habe vergessen, was zu essen. Shit. Egal. Äh... Ich teile mich jetzt erstmal auf hier, dass ich da hier nicht unbedingt an vorderster Front hier gerade stehe, so wie es hier ist. Dass ich halbwegs erstmal links und rechts mich irgendwo positioniere. Genauso wie dieses Losfliegen hier. Das ist... Gift. Das ist... Gift. Das ist sehr viel Gift für mich. Ach, jetzt habe ich Dings mit dem aktiviert. Das würde ich eigentlich auch nicht. Äh... Ja, es kann natürlich sein, dass mir jetzt gleich das Genick brechen wird. Was ich mal nicht hoffe. Macht aber mal noch nach wie vor ganz schön viel Damage. Ähm... Ähm... Was mache ich denn? Ich bin gerade vollkommen von der Rolle. Ich meine, wir können mit dem ganz normal angreifen. Wasser. So... Mit ihm... Führen wir Opfer aus. Dafür gehen wir aber trotzdem mit hier rüber. So... Wenn wir jetzt das nächste Mal mit... Ähm... Kanata... Können wir nämlich uns erstmal... Können wir mich irgendwie hinterher, neber? Ach, muss ich hier vorne stehen? Das würde ich eigentlich nicht... Kann ich mich nochmal heilen. Das ist ganz gut so. Ähm... Was? Oh mein Gott! Ich habe gedacht, das wirkt auf alle! Das ist natürlich nicht so geil. Gut, das hat er verfehlt. Ähm... Gibt es jetzt etwas, das ich machen kann? Aller Verbündeten her... Letztes Elixier, das muss ich jetzt so weiter finden. Sonst bin ich hier bei Zeiten gleich wieder tot. Was eigentlich nicht sein soll. Ähm... Dumm ist aber auch halt gerade, dass ich hier das irgendwie vollkommen verschlafen hatte. Wegen meinen Wilco Sweets, dass ich die anlegen kann. Ja... Schwierig. Nice. Verstärken... Neuer Trank... Oh... Puh... Der macht so viel Damage, ne? Ich bin ja ganz... ...froh, dass... ... keiner da noch so einen Massenheal hat hier. Das tut mich nochmal ein bisschen unterstützen gerade. Ähm... Okay, das macht nichts. Ich mach nochmal Präzision. Das wird mir auch nicht verhelfen. Da kann ich nämlich keinen... ...Satsuna-Treffer machen. Was? Verschwinde? Ach, jetzt hält er sich hoch, ne? Nee, der hat was anderes gemacht. Ähm... Okay. Die werden jetzt aber gleich mal was anderes machen. Wir gehen nämlich jetzt in den Wilco Suite mit Van und... ... ...Obaro. Uh... Eine Menge Damage. So... Wo nehme ich das jetzt, ne? Alle Attribute minus. Das ist nämlich sehr schön. Da kann ich vielleicht ein bisschen überleben. Knapp. Oh, warte mal. Lassen wir mal kurz runter. Und teilen wir uns gleich nochmal hoch. Oh mein Gott, das hat Galdra jetzt ganz schön mitgenommen. Uh... Das war... Das war knapp. Muss ich so nah ran? Ich muss echt so nah ran. Ah... Letzter Heiler. So, jetzt kann ich die schweren Geschütze ausfahren. Genau. Ah, Einfühlung... Äh... Wollen wir mal Sturm... ...Skills kann man nicht. Da gehen wir gerne in den... ...Dings-Modus... Oh mein Gott! Ich muss mich heilen. Uh, Jackpot! Ähm... Okay, machen wir das. Zwei. Tausend. Äh, das ist natürlich nicht so geil. 25. Ja, 127 nur. Das war nischt. Ich find's ja recht angenehm, dass hier schon... ...einige Dinger... ...gar nicht erst richtig funktionieren. Ah, da hätte ich jetzt vielleicht besser aufpassen können. Ähm... Ja, hat er jetzt... Kann ich eigentlich jetzt mal ein bisschen Kohle hier reinballern? Können wir nochmal Unheil machen. Das würde uns nämlich gerade echt entgegenkommen. Können wir nochmal Sturm... Dadurch, das war ja das der Zunahme... ...durte das eigentlich ganz gut funktionieren, aber es war... ...irgendwie habe ich mir besser vorgestellt. ...hung... ...m... ...hung... ...mach mehr Präzision... Okay, das hat den verfehlt. Das ist natürlich weniger geil. Oh, dass der Kanada jetzt dort steht, das ist natürlich unschön. Verstärken, neuer Trank, Gott sei Dank. Jetzt kann ich mir wenigstens noch mal heilen. Das kommt nämlich ganz gut, dann haben wir nämlich Vollheilung. Oh mein Gott, 1300! Jetzt bräuchte ich vielleicht noch mal... Magieschild, das ist natürlich nicht so geil. X-Schlag, 0-Tipp-Angriff von meinem Partner. Ja, schauen im Zentrum, ne, zurück. Schlüsseffekte, um zu stärken. Okay, ähm, sofort dort Angriff. Das wird auf den nicht funktionieren. Probieren wir es mal so. Boah, noch verfehlt, ey. Brecherschuss, den habe ich noch gar nicht gesehen jetzt, oder? Okay, muss ich mal gucken. Das wird auf den nicht funktionieren. Ich mach mal nen Trank. Ich mach mal nochmal Unheil. Hat das jetzt was ausgelöst? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, mit verschwindet, desto stärker wird er, ne? Es ist natürlich unschön, wenn er das da durchkriegt. Ich kann ja mal gucken, wie viel... Oh Mann, das bringt ja gar nichts jetzt. Ah, ich hätte vielleicht erst mal anders hingehen sollen. Holy... äh, shit. Wo kann ich ihn das geben? Muss ich dem gehen? Neuer Trank, Obaro, Gegenstand neuer Trank... oder Eta? Eigentlich nicht, neuer Trank. Schwindel? Oh Mann, jetzt wird's kritisch. Ähm... Jetzt wird's kritisch. Ah, das war ein Fehler vielleicht. Oh Gott sei Dank. Nicht getroffen. Windlinger, Aura, Zyklon... Hier kann ich wenigstens das noch ein bisschen machen. Mit Obaro halbwegs unterstützen. Stärken... Brecherschuss, machen wir noch mal. Immer noch nicht. Äh... Hat wenigstens alles getroffen. Das macht ganz gut Damage. Ähm, Zyklon... Oh Mann. Errungenschaftlich schaltet Ende der Reise. Alter, ich glaube wir haben ihn. Funke, Komplett Heilung. Jetzt brauche ich's natürlich nicht mehr. Ist das geil. Was ist das? Was ist das? Kanata... Flücher interessieren mich nicht. Aussehe, Kanata. Die Festung stürzt gleich ein. Hoffentlich muss ich nicht selber rausrinden. Was nun, Kanata? Sollen wir mit den Birkesuites dort hinaufspringen? Ey, hört ihr mich? Okay. Halt, nein, das ist Plan. Gut, ich höre euch. Und habe eure Position auf dem Schirm. Also, von dort aus müsst ihr diagonal in einen 42 Grad Winkel nach links gehen. Wenn ihr bei voller Kraft mit den Birkesuites springt, solltet ihr es schaffen. Diagonal nach links? Dann sollen wir also hinunterspringen. Das war's also, wie? Gute Arbeit, Planata. Tja, nun, wir stehen ein bisschen unter Zeitdruck. Also beweilt euch. Los, gehen wir. Anu? Äh, was? Lumina ist noch die Einzige, die so halbwegs losdenken tut. Schön, dass es euch gut geht. Planata! Entschuldigt, dass ich so frei war, euren Winger zu fliegen. Der andere konnte sich kaum in der Luft halten, damit wäre ich nicht weit gekommen. Bitte, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ohne dich stimmen wir nicht hier. Merns, wir verdanken dir unser Leben. Lumina? Dann ist es also endlich vorbei, oder? Vermutlich. Chrom wurde besiegt. Damit sollte der Mond sich nicht mehr so unberechenbar verhalten. Jetzt müssen wir nur noch alle verlorenen Menschen und Orte zurückholen. Nur noch? Sagst du? Dabei wird das eine Mammutaufgabe. Ja, stimmt, aber... Wir haben nichts als Hoffnung. Ich will beweisen, dass das etwas bedeutet. Keine Sorge, ich werde bis zum Ende an deiner Seite bleiben. Ich auch. Das bedeutet mir viel. Wenn alles Verlorene wiederhergestellt wurde, will ich Grazia wieder zu dem Land machen, dass es einmal war. Nein, ich will ein noch besseres Königreich daraus machen. Ich will, dass ihr alle die berühmten Fleischgerichte meines Landes kosten könnt. Fleisch? Kanata, vor uns liegt viel Arbeit. Also sollten wir anfangen. Du hast recht. Es gibt keine Zeit zu verlieren, Logger. Fianto, was wirst du tun? Ich? Nun, ich werde alles daran setzen, dass auf Salni wieder Menschen lächeln. Egal, wie lange es dauern mag. Ich verstehe. Das passt zu dir. Was mich betrifft, so werde ich meine Reise fortsetzen und trainieren. Vielleicht besuche ich dich ja auf Salni und helfe dir beim Kampf gegen die Monster. Du bist mir stets willkommen. Aber was ist jetzt mit dem Typ passiert, der bei Shera war, der die eigentlich verraten hat, das Bergfallt? Was mit dem passiert ist, weiß ich gar nicht. Das haben wir gar nicht rausgefunden. Was ist mit dir, Obaro? Hm, eine gute Frage. Womöglich gönne ich mir eine Weltreise, um mich zu erholen. Unsere Reise war so hektisch, dass ich mich kaum in Ruhe umsehen konnte. Das kannst du laut sagen. Galtere, kehrst du nach Gigante zurück? Das habe ich vor. Ich will helfen, das Land aufzubauen, für das Kaiser Neodeos sich eingesetzt hat. Und ich möchte seine Bewohner beschützen. Aber ich weiß nicht, ob dort noch Platz für einen Veranflüchtigen wie mich ist. Doch man kann sich auch ohne Armee für die Menschen stark machen. Das habt ihr mir damals beigebracht, Kanata und Lumina. Egal was passiert, ich werde meinen Überzeugungen treu bleiben. Ich glaube an dich, Galdra. Lumina. Was ist mit dir? Was willst du tun, wenn alles vorbei ist? Was? Ich? Lass mich nachdenken. Nun, ich schätze, ich... Das werden wir wohl nie erfahren. Oder? Na? Oh, okay. Credits. Ähm. Dann könnte möglicherweise eine kleine Fortsetzung kommen, wenn Lumina das jetzt nicht gesagt hat. Aber... Bei Ion Satsuna kam ja auch keine Fortsetzung, so wie ich... Das war ja richtig... Hoppala. Das Mikro. Ähm. Das war ja ein richtig gerade Abschluss gewesen. Äh... Ja. Also meine Einschätzung zum Spiel Losts 4. Ähm... Ähm... hat es mich nicht ganz so mitgerissen, wie es bei... Ion Satsuna gewesen ist. Also da hatten sie sich damals... doch mehr Mühe gegeben, als wie jetzt hier bei diesem Spiel. Gut, man muss zugeben... Ähm... Die Macher des Spiels hatten ja... glaube ich eine ganze Weile an Ion Satsuna gesessen gehabt und hatten das ausgetüpfelt und hast es nicht gesehen. Äh... Dort hat man halt die Liebe drinnen gespürt. In diesem Spiel. Also... was die Entwickler da reingesteckt haben. Hier war es natürlich nicht ganz so, weil... Man muss nämlich bedenken... Ähm... Losts 4 kam glaube ich ein... Zwei Jahre später... nach... Ion Satsuna raus, wenn ich mich nicht höre. Und das ist... Naja... Eine zu kurze Zeit meines Erachtens nach... So ein... So ein schönes Rollenspiel zu kreieren. Wie sie es bei... Ion Satsuna macht haben. Aber trotzdem im Großen und Ganzen haben sie sehr... sehr schön... Das Spiel gestaltet. Muss man schon sagen. Es gab an einigen Stellen... Ja... Kleine Aufstoße an meines Erachtens. Vor allem was die Bosse betrifft. Hat man ja... Wahrscheinlich auch gemerkt. Immer was die Morte gewesen. Und natürlich... Ähm... Was waren das andere? Weiß ich gerade nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls... Da hat man das hat gemerkt. Das war ein bisschen schwierig. Also da... Äh... War ich leicht angepisst. Sicher, so ein Spiel muss ein bisschen fordernd sein. Ist klar. Aber hier konnte es erst... Zumindest das schon einstellen mit... Ähm... Leicht, normal, schwer. Wir haben ja jetzt den normalen Modus gespielt. Ich denke mal, auf dem leichten Modus hätten wir... Hätten wir halt leichtes Spiel gehabt. Mit die ganzen Bosse und so. Dann hätten wir halt bloß die Story gehabt. Für... Ja, eigentlich ein sehr schönes Spiel. Aber dadurch, dass ich das auf normal gespielt habe... Ähm... Ja... Schwierig. Weil IAM Station habe ich damals auch auf normal gespielt. Und dort... War es doch etwas angenehmer zu spielen. Gut. Speichern wir mal das Ganze. Auch wenn es mir nicht viel bringen wird wahrscheinlich. So, mal schauen, was jetzt noch passiert. Oh, es ist alles weiß. Es ist alles verschwunden. Was ist denn, wenn ich jetzt auf weiterspielen gehe? Warte mal. Äh... Ich glaube, da komme ich... Genau, da komme ich hier raus. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ähm... Wartet mal. Funktionen. Kann ich irgendwie... Zurück. Wahrscheinlich nicht, ne? Ach, ist das doof. Ich kann ja nicht mal laden. Hm. Aber ich denke mal, da wird es später kommen. Gut. Ähm... Dann... Oh mein Gott, das sind ja 28 Minuten. Krass. Egal. Dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Äh... Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch viel Spaß. Und wir werden schauen, was wir als nächstes... Ähm... Spielen werden Feines. Ich muss erst mal gucken. Ich habe zwar eine Menge in der Steam-Bibliothek, aber... Äh... Ich habe noch eine Chance gewährt. Gut. Also vielen Dank fürs Zusehen. Ähm... Hat mich gefreut, dass ihr zugesehen habt. Ab und an vielleicht. Mal schauen. Äh... Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Haut rein. Ciao.